Bonjour Benji. Bist du bereit für deine 100 Sekunden? Ja. Dann starten wir. Welche Schuhgröße hast du? 45. Wie bist du Fußballer geworden? Mit Arbeit. Hat die Trikotnummer eine Bedeutung für dich? Ja, meine Trikotnummer in Schalke ist 17 und für mich ist viel. Wie warst du früher in Mathematik? Nicht schlecht. Was war bislang dein Lieblingsmoment beim geilsten Klub der Welt? Der Sieg zu Hause gegen die Gelbe in unserer Vizemeistersaison. Was aus Frankreich vermisst du am meisten? Ernährung. Was liebst du an Schalke? Leidenschaft. Hast du einen Lieblingsplatz in Gelsenkirchen oder im Ruhrgebiet? Ja, ich liebe die Bergersee. Was ist dein Lieblingsessen in Deutschland? Warte. Oh, ich habe es vergessen. Ich kann fragen. Nein. Was ist der Rinder? Gulasch. Und dein Lieblingsessen Sportart neben Fußball? Box. Und wer war als Kind dein Vorbild? Zinedine Zidane. Alles klar, das waren deine 100 Sekunden. War es schlimm? War es schlimm? War es in Ordnung? Nein, nein. Okay, danke.